Mein Name ist Lars Friedrich und ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Museum Bügeleisenhaus des Heimatvereins Hattingen. Heute zeigen wir Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus unserer neuen Sonderausstellung Schön ist es auf der Welt zu sein, Hattingen in den 70er Jahren. Aktuell können wir Sie noch nicht im Museum Bügeleisenhaus begrüßen, aber wir hoffen, Ihnen mit diesen kleinen Impressionen aus unserer aktuellen Sonderausstellung die bunten, die aufregenden, die spannenden Jahre der neuen Stadt Hattingen vorstellen zu können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Ja, das Besondere an unserer Ausstellung Schön ist es auf der Welt zu sein. Hattingen in den 70er Jahren ist die Tatsache, dass es eine Ausstellung von Hattingerinnen und Hattingern für Hattingerinnen und Hattinger ist. Über 30 Leihgeberinnen und Leihgeber haben uns ihre ganz persönlichen Erinnerungsstücke an die 1970er Jahre zur Verfügung gestellt und es gibt wahnsinnig viel zu entdecken aus dieser bunten, bewegten, aufregenden und spannenden Zeit in der neuen Stadt Hattingen. Viel Spaß! Die Tatsache kann plan ordersen, bis zum nächsten Mal! Erstmal bei dennoch! ganz kurzPIранier Ra 56 Juni Tra 56 geografie Bis zum nächsten Mal.